Dieses Video wird unterstützt von GetInIT. Wenn ihr euren Traum verwirklichen wollt und selbst als professioneller Spielentwickler oder in einem anderen Feld der IT arbeiten wollt, dann klickt da definitiv mal rein und schaut am Ende des Videos nochmal vorbei. Dort zeige ich euch noch ein paar mehr Details. Bis dann. So meine Freunde, herzlich willkommen im Jahre 2020 und vielleicht sogar noch ein bisschen später, je nachdem wann ihr das hier seht. Das wird definitiv noch aktuell bleiben, keine Sorge. Ich reiche alles was neu ist oder sowas als extra Video nach. Und ja, herzlich willkommen zu einer neuen Serie, die richtig, richtig faszinierend wird. Und zwar geht es dieses Mal, anders als ihr jetzt vielleicht denkt, es geht nicht um WebGL, sondern es geht um FreeJS. FreeJS ist eine Library für den Browser, also eine JavaScript-Library für den Browser, die eure Grafikkarte verwenden kann, um wirklich richtige Spiele im Browser anzuzeigen. Das heißt, ihr kennt vielleicht die ganzen Frameworks, von denen als Spieleentwickler man eigentlich immer reden muss und zwar OpenGL, Vulkan und DirectX. Das sind so die drei großen, ich glaube jeder hat von denen schon mal gehört, auch wenn er nicht unbedingt ein Gamer ist, aber die Gamer sollten auf jeden Fall davon gehört haben. Das sind die drei großen Frameworks und mit denen kann man auf die Grafikkarte zugreifen und dann eben sehr, sehr effizient parallel Dinge brechen lassen, wie zum Beispiel Animation, wie zum Beispiel Renderings und so weiter und so fort. So, das wird natürlich von Spielen, wie zum Beispiel auch, ja auf was freue ich mich so richtig? Cyberpunk natürlich, wird das natürlich auch verwendet, aber das sind keine Anwendungen, die im Browser laufen. Die laufen nativ auf eurem System, also sowas wie zum Beispiel ein Spiel, wie ein Browser selber oder wie ein Renderprogramm oder wie ein Aufnahmeprogramm. All diese Programme laufen direkt in eurem PC. Allerdings bei WebGL-Anwendungen und FreeJS greift auf WebGL zurück. Bei WebGL ist es so, dass ihr den Browser dazwischen habt. Das heißt, ihr habt eigentlich eure Anwendung, die auf die Grafikkarte zugreifen kann, mit eurem Browser schon installiert und man muss kein extra Spiel mehr installieren oder runterladen oder sonst irgendwas, sondern man kann mittlerweile einfach mit dem Browser auf die Grafikkarte zugreifen und das tut man mit WebGL. Nun, WebGL könnt ihr überprüfen, ob das bei euch funktioniert über get.webgl.org und falls es bei euch nicht so sein sollte, dass da steht, your browser supports WebGL, vielleicht kommt hier irgendwas anderes, wie dieser Spinning Cube, den ihr hier gerade seht, also der sich drehende Würfel hier. Wenn das nicht da sein sollte, dann bitte ich euch, aktualisiert euren Browser, greift auf eine Variante zurück, die vielleicht funktioniert, also zum Beispiel Chromium, Chrome oder Firefox und vielleicht funktionieren auch noch andere, die habe ich jetzt allerdings nicht getestet. Vielleicht wollen auch manche mit Edge arbeiten, das weiß ich ja nicht. Aber ihr solltet auf jeden Fall, bevor ihr mit dieser Serie startet, diesen sich drehenden Würfel hier sehen. Das ist ganz, ganz wichtig, sonst könnt ihr nicht weitermachen. So, wir wollen aber kein WebGL selber schreiben, weil diese GL oder generell die Sprachen, die direkt auf die Grafikkarte zugreifen können, nennen wir sie mal unangenehm. Okay, die sind wirklich, wirklich nicht intuitiv und deswegen gibt es natürlich immer schöne Libraries, die da drauf zugreifen können, die alles für euch einfacher machen. Für Spiele gibt es da die ganzen Engines, also zum Beispiel Unreal Engine, die auch einige Videos von mir bekommen hat, könnt ihr gerne mal reingucken. Aber für den Browser gibt es aktuell hauptsächlich FreeJS. FreeJS ist ein wundervolles Framework, das tatsächlich auch sehr, sehr viele schöne Praxisbeispiele hat und ich habe hier mal einige aufgemacht oder um genau zu sagen vier Stück, die ich euch zeigen wollte, aber ihr könnt hier gerne mal selber einfach auf die Webseite gehen. Die werden immer wieder aktualisiert oder werden auch anders dargestellt und es ist faszinierend, was da tatsächlich schon alles geht. Das hier ist ein Beispiel von Mozilla selbst, das heißt vom Browser-Hersteller Mozilla, die auch Firefox oder Thunderbird gemacht haben. Wie wir hier sehen können, haben wir hier tatsächlich eine Anwendung, die sich komplett 3D drehen lässt und ja, also ich kann hier tatsächlich einfach sagen, wo ich hingucken möchte. Da kann man dann zum Beispiel an Browser-Anwendungen denken, die in VR sind oder vielleicht sogar AR, also Augmented Reality oder Virtual Reality, kein Problem mehr mit dem Browser. Man kann hier in 360 Grad alles richtig angucken und dadurch wird eine neue, innovative Browser-Steuerung möglich. Und das ist einfach super, super faszinierend und ich bin gespannt, was da alles noch so passieren wird und was ihr da vielleicht auch mir zuschickt, was ihr alles mit Free.js gemacht habt. Ich freue mich wahnsinnig drauf, eure Ergebnisse zu sehen. Also schickt mir die ganz gerne auf Twitter oder auch per Discord, I don't know. Und ja, lasst mich das alles wissen. Dann gibt es aber natürlich noch andere Beispiele, wie zum Beispiel hier. Ein professionelles Tool, was wahrscheinlich von vielen Autoentwicklern fasziniert genutzt werden kann, vermutlich. Und zwar kann man hier einfach sagen, hey, ich möchte jetzt mal das Auto in 3D angucken, bevor ich es überhaupt im Laden angucken muss. Und dann kann ich schon entscheiden, ist das Auto vielleicht was für mich oder ist es nichts für mich. Und hier ist jetzt natürlich noch relativ rudimentär, es hat zum Beispiel vieles gar nicht. Ich weiß nicht mal, ob das überhaupt ein echtes Auto ist von einer echten Marke. Ich glaube eher nicht. Ich kenne mich mit Autos nicht so gut aus. Auf jeden Fall hat es keine Spiegel, sehe ich gerade hier. Ja, auf jeden Fall kann man das Auto in Action sehen und ich würde sagen, das ist ein Auto für mich, aber es ist vielleicht ein bisschen zu breit. Ich kann das Ding vermutlich nicht fahren. Aber ja, solche Anwendungen kann man natürlich dann auch verwenden. Und zwar nicht nur irgendwie privat oder als Spiel, sondern natürlich auch hier, um professionelle, naja, zum Beispiel Werbemaßnahmen zu fahren. Und soweit ich weiß, benutzen sehr viele Autohersteller das ganze Ding schon. So, dann gibt es hier noch Lusion. Und das fand ich an sich eine sehr, sehr schöne Idee. Schaut euch das mal an, das sieht wunderschön aus. Und da kann man natürlich dann hier alles machen. Und ja, das Ganze sieht absolut innovativ aus. Ihr seht, ich kann mit dem Ding hier nicht nur durchfahren und es passiert ein kleiner Bobbel, sondern ich kann hier tatsächlich, achtet mal auf meinen Mauszeiger, der hier ist. Ich kann hier durchfahren und dann kann ich hier so ein Ripple reinreißen. Ja, und dann ist hier auch tatsächlich keine Farbe mehr an der Stelle. Und das finde ich faszinierend. So kann man einfach die Webseiten-Erfahrung noch sehr viel schöner gestalten und einfach noch viel moderner. Und ich glaube, das ist das nächste Ding, wenn ihr jetzt zum Beispiel eine Webseite heutzutage gestaltet. Ja, schön und gut, sie es vielleicht ansprechen, aber sowas, sowas catcht euch dann wirklich. Sowas möchte man sehen, sowas bleibt dann auch erhalten und sowas bleibt auch im Gedächtnis. Ja, und dann zu guter Letzt habe ich hier noch den Sign Shader und den fand ich unglaublich beeindruckend. Und der hat natürlich sehr, sehr speziell etwas mit Grafikberechnungen zu tun, aber ich fand das ein so künstlerisch wertvolles Ding, das konnte ich euch nicht vorenthalten. Wenn ich hier drüber fahre, dann sieht man nämlich, also ich muss hier in dem Fall jetzt die Maus drücken, muss ich nicht bei allen Beispielen, aber ich kann sogar hier diese wunderschöne, naja, dieses Noise, also das ist quasi einfach nur ein Rauschen hier, das kann ich beeinflussen und kann da drüber fahren. Und vorne dran steht jemand, der das betrachtet und das wird alles tatsächlich in Echtzeit gerendert und das ist einfach so faszinierend. Diese Library, die muss ich natürlich mit euch teilen und ja, ich hoffe, dass da wirklich Spiele dabei entstehen. Ich hoffe, dass da ganz viele tolle kreative Ideen von euch kommen und ihr euch da wirklich austoben könnt. Und vielleicht wirklich eine Motivation habt, jetzt wieder Webseiten programmieren zu lernen mit einer neuartigen Technologie. Okay, das soll es als Einführungsvideo mal gewesen sein. Ich hoffe, ihr seid motiviert, hier weiter dabei zu bleiben und weiter zu gucken. Und wenn ihr sagt, Mensch, ich will in diesem Bereich später mal arbeiten oder jetzt am besten direkt mal arbeiten, dann schaut euch auf jeden Fall Get in IT an. Dort gibt es mittlerweile über 4.500 IT-Jobs von wirklich sehr, sehr geilen Firmen, auch für die ich natürlich auch arbeiten wollen würde, wenn ich nicht für euch komplett da sein möchte. Und ja, die bewerben sich sogar bei euch. Das heißt, ihr müsst nicht mal Bewerbungen schreiben, sondern die Firmen bewerben sich bei euch. Und ihr werdet dann gematcht und ja, könnt dann dort quasi direkt anfangen. Natürlich nicht nur im Game Design, sondern in jedem Bereich der IT, aber da wir gerade Game Design machen sozusagen für den Browser, ist das natürlich auch eine super Gelegenheit für euch. So, einfach hier auf Profil bearbeiten gehen. Das Ganze ist natürlich komplett kostenlos für euch und ihr könnt euch da anmelden, kostet euch gar nichts und dann einfach hier angeben, was ihr wirklich alles könnt. Wir haben ja schon mal ein Sponsoring gemacht, das heißt hier React.js, TypeScript, Python und Machine Learning haben wir alles schon gemacht. Und ja, jetzt sagen wir einfach mal, Mensch, nach dieser Serie können wir natürlich noch Free.js hier absolut perfekt. Und dann natürlich nicht nur auf einer 3 von 5, sondern auf einer soliden 5 von 5. Und dann können wir auch im Free.js Bereich einen Job finden. So, dann natürlich noch die Sprachen einstellen, Perspektiven, Studium, Ausbildung und Praxiserfahrung und Lebenslauf. Und wenn ihr wirklich euer Profil komplett ausgefüllt habt, was ihr hier oben an den wunderschönen Diamanten seht, dann könnt ihr wirklich erwarten, dass einige Firmen sich bei euch bewerben werden. Das ist nämlich auch so gewesen bei unseren bisherigen Sponsorings. Dort haben tatsächlich 80% der Leute, die sich über meinen Link angemeldet haben und ihr Profil komplett ausgefüllt haben, ein Jobangebot bekommen. Und ich glaube, das allein ist schon Motivation genug, das zu tun. Und ja, in dem Sinne wünsche ich euch viel Spaß beim Lernen, wünsche ich euch viel Spaß beim Jobsuchen bzw. gesucht werden. Und wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.